Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Green Project. So, es geht los. Wir haben Stein. Unfassbar, wir haben es gefunden. Wer hätte das gedacht? Und der nächste Schritt ist mal Eisen zu finden. Es gibt irgendwo eine Mine, aber die habe ich noch nicht gefunden. Und ja, das wäre unser nächster Schritt, würde ich sagen. Und wir müssen irgendwie Schrott finden. Ich muss generell mal die Stadt leer looten. Und wir müssen nebenbei noch ein bisschen uns um uns im Garten und so kümmern. Es regnet ja jetzt, also müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ein bisschen... Auf jeden Fall können wir jetzt Schleifsteine und so machen, weil ich glaube, dieses eine Eisen finden wir immer noch irgendwie. Egal, wir gehen erstmal aus. Ne? Okay, jetzt nehme ich mal mit. Käfer. Haben wir irgendwas zu essen gekocht? Das Wasser nehme ich mit. Okay. Da ist ein Wurm im Glas. Ich glaube, die... Alter, nicht so schnell. Da sind noch mehr Raupis. Hör! Hör weg mit den Raupen. Oh, guck mal, hier ist ein Käfer. Sehr gut. Äh, Essen ist... Äh, Wasser ist wenig. Ach, trinken wir jetzt einfach daraus. Nein, geht ja nicht. Ich lerne einfach nichts. Okay, wir gucken mal, wie es uns in Bäumen geht. Den Durchgang haben wir ja gemacht. Guck mal, selbst da kommen wir fast durch. Äh, doch... Ne, da kommen nur Äste raus, aber es muss trotzdem weg. So. Oh, hier ist was. Sehr gut. Guck mal, hier ist einiges. Oh, Pilze. Zum Vergammeln. Oh, da sind ja ein paar vergammeln. Könnte ich auf den Kompost werfen? Okay. Ich hatte meine Mütze noch an, dann höre ich mich so schlecht. Ah, besser. Viel besser. So. Oh, hier ist Thymian. Sehr gut. Thymian ist so wunderbar. Okay. Wenn wir nichts besseres tun... Oh, oh. Können wir auch noch einen Baum hinsetzen. Ich könnte den hier oben fällen. Hab ich den nicht schon mal gefällt? Ne, der war nicht ausgewachsen. Der ist aber jetzt ausgewachsen. Der ist ausgewachsen. Wir haben aber jetzt außen wieder ein paar Bäume. Wir können jetzt mal ein paar Bäume fällen gehen. Oh, guck mal. Ne, der ist nicht gewachsen. Oh, guck mal. Essen. Sehr gut. Ah. Oh, was ist das? Baumwolle. Ja, hab ich gesagt, ich kann einen Baumwollsamen machen. Wenn ich Baumwolle in den... Ach, danke nochmal. Danke nochmal. Das wusste ich nicht. Jetzt wissen wir's. Okay, machen wir uns mal Essen. Äh... Ah, ich würde mir gerne einen Rucksack machen. Das wäre schon echt gut, oder? Okay, wir müssen mal Zeug wegkriegen. So, warte, Moment mal. Das kommt mal weg. Ähm... Okay... Die Achse ist eigentlich ziemlich, äh... noch intakt. Kann man bestimmt auch die normalen Pilze direkt da reinwerfen, aber... Was, wenn ich jetzt noch welche finde? Das wäre ja blöd. Äh... Das bleibt hier. Die bleiben auch mal gerade hier. Scheiß drauf. Wie gesagt... Wir müssen Rucksäcke finden. Baumwolle. Äh, Baumwolle. Moment. Baumwolle. Ich hab Baumwolle schon mal irgendwo gefunden. Da ist Baumwolle. Hier. Nicht Essen. Ich kann sie essen. Kann ich da alle reinwerfen? Ich hab euch da alle reingeworfen. Ne, hab ich nicht. Okay, es tut mir leid. Baumwolle müssen wir anpflanzen. Er ist sehr gut, sehr gut. Oh, da ist auch nochmal Thymian. Unfassbar. Ich lebe noch ohne einen neuen Spielstand anzufangen. Wer hätte das gedacht? Alter, hat's nicht eben noch geregnet? Guck mal, die Tomaten sind immer noch nicht bewässert. Okay. Ähm... Toll, hätte ich doch bloß... Das ist gleich fertig. Ach, das gibt's doch nicht. Schau, dass die Zeit da oben nicht steht. Ach, der ist fertig. Sehr gut. Wir machen's, äh... Ich brauch das jetzt mal gerade. Ach, das kann ich trotzdem rausnehmen. Okay. Alles klar. Gut, kein Problem. Ähm, bin ich jetzt schlauer? Mal wieder. Ich will so einen Wassersprengler haben, wie bei... Stadio Valley, Harvest Moon. So, das ist noch alles okay. Den Thymian lassen wir auch mal hier. Und den Mörser lassen wir auch hier. Dünger lassen wir... Auch hier. Ich muss mich beeilen, weil, ähm... Ich hab bestimmt schon wieder Hunger. Wir müssen noch ein paar Sachen von unterwegs mitnehmen. Aber erstmal gehen wir jetzt Bäume hacken. Das ist jetzt das erste, was wir machen. Bäume hacken. Um, ähm... Ich will nicht meine existierenden Bäume zerhacken, um ehrlich zu sein. Können wir aber hier reinkommen, damit wir das Auto mal haben. Haben wir... ist nix drin? Ist auch nix drin. Gut, dann können wir jetzt hier... Die Welt zerstören. Ich kann das ganze Holz zum Beispiel in den... in den Wagen da reintun. Weil ich brauche nur den Dünger... Und... den Baumsamen. Ich lass die Dinger einfach stehen, ne? Ich darf jetzt nur nicht in die Seuche rennen. Ich muss abspeichen, bevor ich jetzt alles neu machen muss. Aha. Ich mach mal ein Save, weil wir wissen ja, wie das endet. Ja. Ja, genau. Also Baumwolle machen. Oh, guck mal hier. Das ist gut. Hab ich den da hingeworfen? Kann sein. Ich bin mal sowieso weiter in die Richtung. Ich glaub, hier hab ich noch nicht wirklich... Oh ja. Da. Nahrung wird verfaulen. In zwei Tagen. Denk mal, wir werden ab einem bestimmten Zeitpunkt sowieso nur verfauste Tiere finden. Militärstützpunkt. Ne, da war ich schon. Glaube ich. Ne, war ich noch nicht. Oh, Alter. Zwei Schleifsteine. Richtig gut. Geil. Direkt trinken. Tasse Kaffee. Wie geil ist das denn bitte? Oh, das ist auch sehr gut. Ist da sowieso nichts mehr drin. Ist ne Tür wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung was wir noch brauchen. Irgendwie ein Glühwöhmchen, Lämmchen oder so. Kaffeebohnen, LOL. Hab ich doch schon mal gefunden, ne? Kann auch hier bleiben. Komm, gehen wir nochmal... oder... Ja komm, wir gehen nochmal zurück. Machen den Baum noch weg. Dünger, 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 organischer Abfall. Oh, die Bäume müssen alle weg. Stealwork. Blablabla. Also warum der Strom noch angeht, würde ich gerne wissen. Ein Mist. Der Pilz versorgt bestimmt die nuklearen, äh... Dingensbummens. Kennen wir ja. Ich muss jetzt noch ne Kiste bauen. Ich glaub, das wär auf jeden Fall wichtig. Lassen wir mal liegen. So, warte mal. Erstmal... Äh... Kann ich nicht einfach die Ratte da rein tun? Ne. Jetzt hab ich sie irgendwo hingelegt. Ah, da ist ne tote Ratte. Komm, wir gucken mal. Metzgertisch. Bestimmt das Messer oder so. Brauchen wir dafür. Ich ess jetzt erstmal den... Ja, ich hab keinen Platz mehr. Das ist das Problem. Was brauch ich denn für... Ne Kiste nochmal. Und die Nägel. Wollen wir grad nochmal Platz machen. Was sag ich, hab ich so viele Nägel gefunden. Da kommen dann, äh... Keine Ahnung. Noch mehr Müll rein. Die muss ich anpflanzen direkt. Das ist ja blödsinnig, das jetzt so aufzusparen. Also Kaffee. Alter, ich wollte grad was ausprobieren. Ich hab dann... ... Manchmal hab ich das irgendwie aufgehoben und dann... ...keine Ahnung warum... Oh, guck mal, da ist noch mehr Thymian. Unfassbar Hallo Rivera Hallo Verena Darum ist auch Oh das Hä Das Beste an dem Spiel ist Das sind die Bäume pflanzen Tatsächlich Oh blöde So Ratte Ich darf die Ratte jetzt nicht vergessen So schnell die Kaffeebohnen Ach ich hab das Zeug da unten gelassen Ist auch blöd Hier haben wir noch zwei Warte Tu wir die hier hin Äh Verschiedene Kaffeebohnen Ich hoffe ich kann die auch anpflanzen Ich meine Klima gibt es ja eigentlich gar nicht mehr Wahrscheinlich wächst alles überall Das geht nicht Das auch nicht verstehe ich nicht Muss geröstet werden Für einen anständigen Kaffee Aber Oh warte mal Ich Ja wahrscheinlich Kann ich daraus Saatgut machen Was hab ich vergessen Das hab ich vergessen Ne Aha Okay gut Das haben wir Die sind ja schon geröstet Das ist ja blöd Ne Ich glaub nicht Dass du die eben pflanzen kannst Können wir das nämlich alles hier rein machen Das lass ich erstmal so Die Saat für die Äh Die sind da Wollen wir Wollen wir Saat Wir haben immer noch ein ziemliches Düngeproblem Immer noch ein Düngeproblem Guck mal Kaffee ist fertig sehr gut Da haben wir das auch schon mal gesaved Wunderbar Das ist auch wunderbar Komm jetzt gehen wir die da einsetzen Wo wir da schon was freigemacht haben Wir müssen halt viel rumlatschen Das ist halt blöd Wir lassen das alles erstmal wachsen hier Ich muss ja nicht immer alles voll Können wir vielleicht auf einer Seite halt Äh Dingens machen Baumwolle Auf der anderen Seite dann Die anderen Sachen So die Ratte Ich muss die Ratte jetzt machen Oh wir können jetzt endlich was mit Pilzen machen Ist doch super Warte mal ist das hier näher am Rutschen Ne Kann nicht sein Kann sein aber Ist es nicht Hab ich Baumwolle mitgenommen Ne hab ich nicht Ich tu mal gerade in den Dünger unten rein Dünger unten rein So Messer Messergabelschere Licht Bestimmt das Jagdmesser Ich denke mal nicht die Säge Habt ihr es gesehen Und jetzt Das war es schon Kein Holz mehr von Ist immer irgendwas Na gut Wir haben ja sowieso zu viel Mh Rattenragout Lecker Meine Leibspeise Wir haben ja kein Rattenragout Hände zu heben Was Keiner Ihr mögt alle Rattenragout Lecker Okay Nippes Komm und tu mir die Samen mal Die Nippes Ne ich hab doch ne Samenkiste draußen Wo sind denn Pilze Ich hab da noch mehr gefunden da Machen wir danach mal Das danach mal Äh wir brauchen Das muss man auch mal kochen Auf jeden Fall mal voll machen Beide Dinger Was ist da reintun während das Hä Hab ich das gar nicht angemacht Achso ich hatte kein Holz Entschuldigung Jetzt hab ich wieder vergessen So Pilzragout Pflanzlicher Basis Da Gekochter essbarer Pilz Okay Aber das ist 5 Ist krass Ich meine Das ist ein Pilz Warum kann ich nicht ein Pilz essen Ja Da müsste es Schritte gehen Zwischen 1 bis 5 oder so Desto größer die Mahlzeit Achso man So jetzt brauchen wir hier Ich brauch mehr davon hier draußen Ach Blumenstrauß Zahn brauchen wir auch mal Alter was los Die Vögel kehren zurück Hat der gerade auf mich geschissen Hat der es gehört Der Arsch Okay Ich weiß nicht Ich bin ein bisschen Es ist so Oh mein Gott Ich weiß nicht Okay komm wir gehen Bäume fällen Nee halt Bäume pflanzen Bäume pflanzen Wo ich das vergesse Guck mal Radfutter haben wir auch noch Da bin ich auch gespannt Okay So also Da ist ein Baum Da ist ein Baum Dann fehlt Hier ein Baum Ups Ja ich muss das eigentlich immer dransetzen Habt ihr gesagt Aber ist auch egal So und hier 5 So jetzt sind wir einmal rund rum Wir sind auf der sicheren Seite So jetzt gehen wir Bäume fällen Dieser Plot Twist oder Wir gehen Pflanzen Wir gehen säen Oh Gott Wir müssen neue säen Äh pflanzen Und säen Und Alles ist immer so Ist der andere Käfer Noch da Da ist er Ist auch gut für die Erde Käfer vergammeln lassen Käfersud Ich glaub wir sollten mal Äh Ich glaub die Mine ist im Westen Oder die Mine ist im Osten Irgendwo in Einer dieser beiden Richtungen Ich nehm die Pilze mit Ist egal Vergammelte Pilze sind ja gut für Dünger Puh Okay Komm wir gehen mal weiter Ist halt echt blöd Das könnte auch so ein Lagerplatz Insgesamt werden hier I'll be back Oh na toll Ja die Ratte ist vielleicht fertig Aber ein bisschen haben wir noch Zeit Können wir noch ein paar Bäume fällen Oh guck mal ist das eine Holzlaste Ohne Holz Aber Holz ist drauf Aber nichts drin Bestimmt keinen Samen Siehste Das Holz bleibt bestimmt liegen So wie die Steine Am Steinbruch Die müssen wir lieber mit Oh guck mal hier ist noch einer Sehr gut Ich glaub wir sollten echt Das Baumwaldfeld Ja aber ich bin so faul zu warten Jetzt Ich muss ja nur kurz warten Ach komm die Wurzeln müssen auch weg Falls da kein organisches Material mit rauskommt Können wir nochmal zurück Ich müsste mir eine Baumfarm bauen Wo ich weiß Die fälle ich immer Ja Soll ich mal von meiner Haustür noch ein bisschen pflanzen Ich meine Guck mal Ich könnte hier noch einen hin machen Hä Oh drei Stück Lol ich hab davon drei Stück Woll Machen wir hier noch einen hin Hier so Wir brauchen mehr Bäume Muss alles schön grün werden Oh man sie nerven Ich glaub ich muss mal einen Baum hinten im Steinbruch pflanzen oder so So jetzt holen wir mal unsere Ratte Mhmmm Natürlich nicht So jetzt haben wir wieder fein was gegessen Durst haben wir Ups Äh Knochen Oh sehr gut Ich muss die ganze Zeit nach dieser blöden Mine suchen Aber meinst du das mach ich Sind die hier noch am düngeln Ja die sind noch am düngeln Oh da ist einer frei Wo ist einer rausgefallen Schon wieder Nein Habe ich denn so viel Kürbissamen Warte mal Wie viel Zeug habe ich denn hier hingeworfen Kürbissamen Alter was ist los Alter wo kommt die Eichel her Alter wie viel Zeug habe ich hier Hingeworfen ist das Zeug das aus dem Hat der Vogel auf mich drauf gekackt Und da war das bei vielleicht Ein Wunderkackvogel Also die Eichel ist auf jeden Fall Gut was wert Die Eiche Wir machen die hier hin So Ups So So wir müssen Soll ich das jetzt In unserem Holzfällerwald machen Aber da weiß ich nie wie viele Und so Alter guck mal Die sind echt gut hier am treiben Komm ich mach jetzt hier noch einen hin Weil das bietet sich die ganze Zeit schon an Jetzt Angriff Oh Immer das gleiche Die verarschen mich immer Ach scheiße Ich sollte einfach alle Werkzeuge da unten lassen Und alles andere von hier oben wählen Aber Naja es will nicht So sehr gut Okay Leute Wir haben hier ein bisschen Zeug gemacht Und ich würde sagen Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Bei Green Project oder Tut mir leid aber ich muss Ich muss ja Also bis zur nächsten Folge Ich bin gespannt was hier noch so passiert Und bis dahin wie immer Leute Haut rein Ich bin gespannt was hier noch so passiert